So Leute, anfangen hab ich schon den Strinnen gelassen, ne, war langweilig. Ich wollte erst ab der Action. Wann mal, ne ich jetzt auf? Tatsächlich. Ach Gott, warum hab ich eben nicht aufgenommen? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Hab ich auch aufgenommen? Joa. Okay. Ich weiß nicht, wie in der Taste funktioniert. Ich hab auch F9 gedrückt. Oh ja, F12. Hm. Scheiße, wie auf einmal alle da sind. Ja. Ich hab nicht rausgewincht, du ja. Ich will Doppelfeuer. Mach auf, scheiße. Was brauchst du nach Geld verdoppeln? Ja. Alter. Oh ne. Lauf. Ah! Wie stirbte. Messer. Messer, möglich. Ich bin schon beim Bus. Hier ist den Bus frei. Hier ist nichts. Hier ist keiner. So. Ja. Alter, der Scheiß-Wixer. Alter, boxen um, ey. Wie lange? Wie oft? Noch einmal. Wer kommt da rauf, ey? Oh, was ich brauch... Hast du noch ein Feuer? Ja. Gut. Ich brauch noch, ähm... Maga, ähm... Ich bin Polar. Mein ich ja. Hab ich schon. Nein, ne Nuke. Oh. Deine Schuhe. Hm. Als ob wir beim Strom sind. Ich bin nicht beim Strom. Gucken wir nicht weiterfahren. Jawoll. Habe ich, sie kommen. Von oben. Meint ihr alles okay? Mhm. Fenster zu machen. Hat man auch bei, ähm... Mob of the Dead gedacht, dass alles okay ist. Trotzdem stimmen alle. Gar nicht. Wenn du Easter Egg machst. Ja. Im Intro schon. Deinen Worten sind wieder geworden. Ja. Ich hoffe noch kurz war's. Alter, er ist Alfred. Alfred. Von... Batman. Arkham... City. Nein. Hä? Arkham Asylum. Was ist das? Drive safely. Scheiße. Was denn? Ich hab auf das Schild die ganze Zeit geguckt. Das wäre schon nachgefallen. Na toll. Heiß weiße Buchstaben hat er. Hm. Ich wollte die Buchstaben zusammenzählen. So ein Wort ergibt. Hm. Wir sehen uns, Mr. Tunnel. Platz da. Das kann bei einem Kleiner. Wir gehen das nicht aus. Ping-Fu. Ping-Fu. So auf der Kopf aus rein. Nimm's mit, oder lass's liegen. Scheiße. Ich hab die K... Ich hab... Oh Gott. Ich bin so dumm, ey. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Als ob ich's balästigen was erkriege. Ich hab die Acker weggegeben. Ich hab die Acker weggegeben. Niklas. Ich glaub ich sterbe. Ja, ich... Mach's! Mach die Bude zu! Haaaah! Bin raus. Ich auch. Ich hab nicht ganz harmlos, aber dafür... Haaaah! Oh, wie sieht der Brust schon? Ich hab noch keine Waffen. Oh mein Gott. Ich hab den Schreiner. Ja! Ich hab keine Munze. Alter, schieß die tot. Ich hab auch noch keine Waffen. Wow! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Speist auch gleich zurück. Die Kappe ist schon leer. Ich kaufe dir eine neue. Verschwörung! Mach schnell! Mach zu! Drück doch! Alter, machen wir hier nicht die Bus-Challenge. Die übelste. Ja. Jetzt versetzt du, Pella! Wow! Alter! Niklas Lieblings-Map. Äh, hau-hoff-du-deck. Es ändert sich gleich. Oh! Gleich ist das Transit, weil wir gleich Weltrekord haben. Genau. Yes! Zumachen die Fenster! Alter, ich sterbe! Hilfe! 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 Bin dabei! Ich schwitze! Die Schweißpickel! Mach schon so! Jetzt haben wir, die Zombies haben keine Ausdauer mehr, die Bretter auszureißen. Alter! Elf! Tausend! Zwölf! Ich muss mit meiner Miete eine Stromrechnung bezahlen. Wo wohnst denn? Asien. Hm. Bevor das saubere Wasser herkommt. Hm. Alter, ich mag auch Zombies. Und deine Katze zum Abendessen gegessen wird. Alter, du bist ja voll der Asiate. Jaau. Tschüss, Fabi. Na los, ihr Mixer! Ach du Scheiße. Mir juckt's Auge. Tu mal was. Nein, ich gräbs Kräten. Dafür ist es noch zu früh. Ja. Alter. Ich kenne sie mit meinem Messer. Niklas. Willkommen on my bus. Ohne Zuckerguss. Toll. Komm, schmeiß ich nur Nate. Ah, meine Augen. Okay, wenn ich es nicht zu halten kann, ich kann nicht zu retten. Ich kenne mich zu retten. Ich bin mir nicht zu retten. Alter, Zony. Ich will hier raus. Ich bin mir nicht zu retten. Ich bin nicht zu retten. Ich bin zu retten. Ohne ich zu retten. Ich bin zu retten. Was? Okay, einer kommt von oben. Ah, jetzt werden schon mehr. Ja. Weil du nicht aufpasst. Ja, 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 ja. Guck mal, was muss ich hier machen? Drecksarbeit. Ja, guck. Ich könnte wieder oben auf dem Bus wie ein Held. Ich muss Drecksarbeit machen, damit du nichts mehr machen musst. So, hier. Es zieht. Digga, ich wollte mein Praktikum mal als Zombie-Killer machen. Und du fährst aus wie da alles, ey. Wenn ich fertig bin, gibt's keine mehr. Alles zu? Moritz. Geh ich wieder hoch. Äh. Niklas, du muckst schon wieder auf, ey. Ich treff nicht. Warum schwebt da das Messer? Jetzt ist weg. Mich weg. Nein, ich muss hüpfen. Alter. Er ist voll gefährlich. Du. Du. Gab ist noch so unten wird schön, aber bei mir oben hier. Der Parkour. Willste raus? Digga, ich hab keine Waffe. Ich muss auch. ja volkski selbst mich selbst in nikolaus geil geil alter 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 ich bin schon draußen ich bin drin beschäftigt in der post habe hat er gut ich bin schon drin ja mimi alter zu ja ich geh hoch ja fenster zu hatte gibt es zwar sein ich weiß es nicht so jetzt was erfordern aber wir kommen jetzt alter wie viele blaue augen ist aus hier auf lauf lauf ich halte so viele weg es geht kommt von allen seiten ja doch das gibt es nicht nein was war es denn kann nachwerfen das gibt es nicht nehmen wir jetzt was gutes na endlich alter ich will immer noch kacke wenn jetzt raygun kriegt jawohl ich dachte ich dachte schon jetzt nicht noch mal ne ne alles gut kommst du jetzt dann bist du rein 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 wir sind die packen punch noch machen ich dachte du willst nicht muss aber nach der zeit du fährst dann mit dem bus und ich mach den fans los zur stadt anfahren zur stadt ja und dann da in zur bank rein ja was ich bin raus vielen dank was den zu machen nein ich kann nichts machen nicht sterben sterbt hilfe oh oh was ist denn der bus monselär komplett ich habe auch gleich keine mehr als ob es gibt es nicht ich würde den letzten leben lassen ich würde hast du eine turbine ja oder laufen ich habe eine turbine kannst du auch laufen durch den wieso na zur stadt soll ich es machen ich mache es ja einfach geradeaus wenn man in der stadt ist dann komm ich noch ok weg ich weiß nicht mehr einfach geradeaus einfach geradeaus über die einfach geradeaus wovere vor nicht mehr wir haben ja ja wir haben ja es musste mal sein ja was soll ich punchen nein entscheidung akku oder executive schnell oder fand ich beide dann wie mache ich den save auf ach so granate hast du beide selbst auf ja stehst jetzt ganz hinten in der ecke ja jetzt müsste aufgehen ja ja gut dann nehme ich jetzt weg die turbine drin bleiben nein ich rausgehen muss punch gerät wo sind die teile sind alle unten alle unten komplett ja 1 es gibt immer trainer ich war so dass wir wissen was das problem ist ich bin unten unten ist ein zombie und ich kann nichts machen ich habe keine mund doch ja ist fertig punch waren nur zwei oder drei habe ich habe jetzt acke gepanscht da kenne ich nichts ich habe keinen umgebracht ich habe ich habe nicht gedacht dass es der letzte ist ich habe keinen umgebracht 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 ich warte noch bis ich noch mal executioner punchen kann willst du zweimal punchen ja oder kostet 2000 wie 2000 na da will punchen ach so nein nein ich will executioner punchen au ja mir geht den monni hier ja ein bild doch rein nee DITER was denn bild doch rein wie ist das schön sch裱ot ich habe Hunger Verwertung spätig dich nochmal maximale munition viel dank gut 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 so let's nehmen lassen wäre ja schön ich glaube ja man hört das doch da kommt Moin Wow Einen Zombie, oh nein Ne, der hätte mich erschrocken müssen Ne Gut Kann ich Töten? Ja Fack Kann ich Crawler töten? Ja Gut Süß Fabi, da wo's Pferd Ja, Fabi Wo bist du? Oh Ist da hingestiegen? Wo ist denn der Was? Der ist ja schon wieder da Soll ich Gekommen? Ja, ja Also, Punch jetzt zumachen Ja, ja Hast der gewannscht? Ok Komm Komm Rein in den Bus Hast du? Ja, ich bin nur drin Ich sterbe Weg Weg Bist schon tot Bist schon tot Nein Nein Nein, ich bin runtergefahren Oh mein Gott, ich schlitz grad alles auf Ja Kannst dich auch ritzen Kannst dich auch ritzen Ist dasselbe Gefühl Machen wir mal Platz für den Bus Machen wir mal Platz für den Bus? Ja Ich bin dabei Hey Ist jetzt noch so viel Ja, dann mach's weg Komm her, du Ah 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 Hassan Gott, weißt du mich nicht Ich weiß jetzt verrückt Du fassst mich an Nein, du fass mich nicht Ist ja wie eine Gans Nein, die ist kaputt Ich werde, dass ich dich nicht wiedersehen werde Dankstelle Nein Da war Max Ammo Die Tanke Ah Ich hab noch genug Munizieren Ja Ja Ich hab noch 71 Schüsse Mit der Execution Der Verweiler ist halbvoll Alter, Stimme der Gerechtigkeit, wer kennst du nicht? Voice of Justice Lass mich nicht allein hier Ey, Niklas, hallo Hilfe Ja, darfst du schon? Nein Gros Aller Eskoll, es kommt schon Harry Mountain Musik, ey Bin da, alles gut Mach, mach, immer Platz du stinkst wie ein keks hat sie musik angemacht copyright ja von weh nach keine ahnung hat sich doch eh keiner den scheiß an ja ja alter felix spammt mein instagram voll meins auch wir leben zu lange KW ja wollen wir mal sterben nein warum nicht wir können von mir aus aus Tauern jetzt campen ich nehm schon ich nehm schon 37 minuten auf das ist n digga lang ist da meine aufhabe meine ist 55 neklar für mich ist das nicht so gut ich muss mehr schneiden was willst du noch ausschneiden ich muss alles schneiden top 10 sexy momente in einen COD-Zombie-Modus mit mir Cluster und Fabio in einer Runde ohne Heimter anfassen platz 15 platz 14 zombie ausziehen oh grounds 13 zombie küssen platz 12 ein zombie einen jacks eh platz eins Hä, Platz 1 ist Geschlechtsverkehr. Ah. Macht keinen Sinn, die Look. Wenn ich springe, müsste ich nach links fliegen. Aber? Ich bleib auf derselben... Alter. Gut. Mach zu, die Scheiße. Alter. Ey. Es würde schon wieder hier oben zu fehlen, oder wie? Und noch ein Depp, Alter. Niklas! Du bist Nazi, Alter. Warst du rot? Ja. Dein Plan hat fast funktioniert. Schreiner. Look. Oh. Es gibt ein Problem. Was denn? Die Munze. Hast du eine Sekundärwaffe? 16 Schüsse. Wie machst du die Money so schnell? Ich treffe alles. Gar nichts triffst du. Ich treffe alles. Na unten. Oh, Fabi. Ich war schon eine ganze Zeit unten, aber... Das Lustige ist, was das Lustige ist. Ich habe keine Munze mehr. Okay, dann laufst du jetzt so lang, bis der Bus kommt. Ich habe genug Kugeln für alle in Atlantis! Was lustig ist, er hat gesagt, ich habe genug Kugeln. Ich habe aber keine mehr. Wenn du schaffst, kannst du mich kriegen. Oh ja, hier geht alles in Flammen auf! Ich habe kein... Du hast keinen Kugel auf, ne? Ihr seid so langsam, ihr verdammten Freaks! Er legt Money! Mit ihm! Ja, du musst runter. Ich habe keinen Trigger. Das ist Insta. Alles Kacke. Es hat geleuchtet. Runter! Runter! Geht nicht! Geht nicht! Alles Kacke! Mach alles kaputt! Geht nicht! Insta alle! Na toll. Dein Mikro fällt gerade irgendwie gerade runter. Lauf! Mann! Der Bus! Der Bus ist tot, Fabi. Ja, ich merke es, der Busfahrer ist draufgegangen. Dann warte ich ihm, was hier wirklich abgeht! So, dann warte mal auf Dings. Ich bin ja zu sagen, dass ich das mal auf Dingschiff freige. Oh, Mann! Und, was hier ist... Und ich habe meine Funktionalität, sein Schiff. Oh, Mann! Und dann in der Bauch! Ich bin schon im Wartel. Als infobel! Schwitt! Mann! 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 Hallo? Oh nein, du bist einer? Ja, der ist gut. Gut, Alter, du bist einer? Gut, Alter, du bist einer. Was für dich da? Nee, Alter. Ich bin einer. Ne. Ich bin einer. Ja, aber ich bin einer. Ja, ich bin einer, ich bin einer. Oh, ich bin einer. Ich bin einer. Was für dich da war. Alter, komm mal, die sich direkt kurz. Nein, ich bin einer. Hey! Hast du einen! Ich bin einer. Ich bin einer. Ich bin einer. Oh nein, ich wollte die T quedes machen. Oh, was war denn? Ich hab dort da, aber du? Ich hab dich weg. Ich hab mir nicht alle gehört, ich hab mir nicht alles gehört. Das ist sein Ig! Uhhh, ich hab was gehört! Oh, das ist doch nichts gehört! Oh, das ist doch nichts! Oh, der hat ja gehört! Oh, das ist doch nichts! Das ist das letzte Mal! Der ist das in Ordnung. Ich muss mich konzentrieren. Soll ich ihn jetzt allein machen. Das ist aufkängig. Jetzt kann doch alles von oben her. Alles von oben her. Ja. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 10 1. 2. 3. ARD Text im Auftrag von Funk